Hallo Kichererbse, sag mal, warum sind wir denn im Moment so viel zu Hause? Wegen dem Coronavirus. Ach so, und was ist beim Coronavirus so wichtig? Was sollen wir machen? Händewaschen. Genau. Und warum das Händewaschen so wichtig ist, das wollen wir jetzt mal zeigen. Und zwar schütten wir jetzt ein paar Viren ins Wasser. Natürlich nicht in echt, wir nehmen das Glitzerpulver. So, das schauen wir uns mal etwas genauer an. Wer kein Glitzerpulver zu Hause hat, der kann auch einfach Pfefferpulver nehmen. Ich glaube, das reicht, das ist schon eine ganze Menge Viren. Und dann machst du mal einen dicken Tropfen Seife auf deinen Finger. Meinst du, das reicht? Mhm. Okay, dann zeig uns mal, was passiert. Oh, die Viren verschwinden alle. Super, super, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.